Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute wollen wir so ganz durch die Blumen zeigen, was Ihnen GOP als Blumenspezialist bieten kann. Nämlich so ein richtiges Blumenparadies. Wo kommen die Blumen her? Viele sind aus der Schweiz, aber auch aus Kolumbien, Italien oder Kenia wie die Nägelchen. Die Tulpen sind aus Holland, die Rosen aus Israel und Teneriffa und die Orchideen kommen aus dem fernen Osten. Wie ist das möglich bei diesen Distanzen? GOP holt all die Blumen frisch auf dem schnellsten Weg in die Schweiz, mit einem Flugzeug, einem Lastauto oder einem Zug. Und die Blumenverkäuferinnen bei GOP werden ja sicher ganz speziell geschult. Wie wird dann im Laden zum Beispiel Blumen gepflegt? Gleich wie man es zu Hause mit Vorteil auch macht. Zuerst werden alle Blätter und bei den Rosen auch die Dornen, bis sie ins Wasser kommen, weggenommen. Dann schneiden Sie den Stängel etwa 2 cm ab, und zwar schräg. Nehmen Sie ein scharfes Messer und nicht eine Schere, sonst werden die Saftbahnen gequetscht. Sie haben uns hier ein paar Arrangements gesteckt, wie macht man das? Ja, es muss ja nicht immer ein Blumenstrauss sein. Mit dem Holafloor Blumensteckschaum von GOP kann man auf ganz einfache Yacht schöne Blumenarrangements stecken. Das ist aber schön. Danke schön, Susanne. Und ich habe Ihnen gerade nochmal einen nützlichen Tipp, nämlich dass handliche Mini-Büchlein informiert sind mit über 80 farbigen Abbildungen und vielen Pflegeanleitungen über alle Schnittblumen. Es gibt es nur bei GOP und zu einem Preis, der so herzig klein ist wie das Büchlein. Bald ist ja wieder die Zeit, aus dem Balkon oder aus dem Fenstersims einen prächtigen Vorgarten zu machen. Mit diesen Geranien zum Beispiel von GOP. Und GOP hat wirklich alles, damit Ihre Pflanzen auch gesund wachsen können. Pflanzen-Nahrungs-Substrahl zum Beispiel. Neu mit dem pflanzlichen Wachstumshormon Kiniral. Der Flüssigdünger Holaflor für ein kräftiges Wachstum und ein langes Blühen. Und mit diesen geruchlosen Gesal-Insektizid-Sticks impfen Sie Ihre Pflanzen gegen die Insekten. Die Holaflor-Erde ist speziell für Balkonpflanzen und hat viel Humus drin. Und diese spezielle Holaflor-Aussaat-Erde ist schwach gedüngt, damit die frischen Samen geschont bleiben. Denn jetzt ist ja wieder Zeit zum Anseien mit diesen qualitativ hochwertigen Holaflor-Sämereien. Es gibt über 180 verschiedene Sorten. Von der Sonnenblume über den Kopfsalat bis zum Rüebli. Und wenn man sie dann auch wieder so richtig geniessen kann, dann sollte man natürlich auch recht gemütlich sitzen können. Wie in diesen bequemen Freizeitfoteusen von GOP. Mit einem soliden, wetterfesten Stahlrohrgestell. Und der Bezug ist leicht und farbecht und aus Halbleinen. Die GOP-Freizeitfoteus können Sie jetzt in den GOP-Center und in den GOP-Warenhäusern zu den billigsten Preisen haben. Und jetzt wünschen wir Ihnen noch einen gemütlichen Abend. Auf Wiedersehen. Dieser Klappstuhl, den wir Ihnen vorgestellt haben, gibt es zu einem besonders günstigen Preis. Nur 26 Franken. Und bis am nächsten Dienstag ein Fenial-Greme-Bad, Klassik oder Romance, nur 5 Franken 30. Eine Nivea-Creme an 125 Milliliter, nur 32. Drei Beauty-Toilettenseifen, nur 2 Franken. Alle GOP-Jogurte an 180 Gramm sind jetzt 10 Rappen günstiger. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag Brüsseler Salat 500 Gramm für nur 1,80. 330 Gramm Aprikosen-Cake Panofina nur 2,80. Und als aktueller Preisschlager 20 Chiffonett-Tücher für nur 3,60. Auf Wiedersehen. f0 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 f1 f0 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017